Endlich ist der Tag gekommen. Ich sitze im Pössl-Mobil. Ich habe den Camper gerade geholt. Bin super gespannt, was gleich die Kinder und meine Frau sagen werden. Ja, es wird bestimmt cool und dann wird gepackt und dann hoffentlich auch heute noch abgedüst. Also es bleibt spannend, ob alles so passt, aber ich bin guter Dinger. Und findest du gut im Camper? Habt ihr alles? Nein. Habt ihr Lust? Nein. Nein? Nein. 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 Untertitelung des ZDF, 2020